Und ich will das hier nochmal zeigen. Das ist jetzt flächig dargestellt. Wenn wir uns jetzt eine Tiefe denken, schieben wir hier zwei Tetraede übereinander. Ich will jetzt da nicht auf die Punkte eingehen, weil das wirklich im Bibelfersen strukturiert ist. Weil ich sage immer wieder, diese hebräische Dora ist ein Computerprogramm. Wenn du jetzt das flächig dir denkst und ich klappe jetzt diese drei blauen Ecken nach hinten, kriege ich einen hinteren Tetraede, wo die Bodenplatte, diese rote, der vierte praktisch die Bodenplatte darstellt. Und wenn ich jetzt die drei Eckchen hier drinnen auch nach hinten, Hinten klappe, ist hier die Spitze. Das wäre jetzt genau das hier. Und das ist jetzt genau die Struktur, dass dieser Mittelpunkt, das ist letztendlich das Zentrum von allen. Und da ja in unserem klassischen Beispiel von der Kamera Obscura, die wird ja flächig dargestellt. Ich mache mal ein Bild wieder. In der Kamera Obscura haben wir ja praktisch jetzt die Kiste. Das ist das Indern, das musst du dir jetzt am Punkt vorstellen. Aber wir müssen zwangsläufig, wenn wir Vorstellungen machen, müssen wir uns was ausdenken. Wir wissen im klassischen Sinn jetzt bezogen, das sind ja zweiflächige Bilder. Das heißt, wir haben außerhalb der Kiste ein Bild auf dem Kopf stehen und Spiegel verkehrt. Das ist aber das Phänomen, wenn du ein Dreieckspiegel, wenn du ein Katzenauge hast. Und in der Kiste hast du auch dasselbe gespiegelt auf dem Kopf stehen und Spiegel verkehrt. Und die zwei negieren sich dann zu einem Plus. Und das ist genau der Punkt, in dem sich alles abspielt. Und der hat verschiedene Tiefenschichten. Und jetzt ist es also so, bei Kollektionen, dass ich jetzt, Andrea? Du hast gesagt, der hat verschiedene Tiefenschichten. Kannst du da vielleicht mal kurz eingehen? Das will ich gerade drauf eingehen. Wir machen jetzt einfach mal ein Bild. Wir machen eine ganz klare Vorstellung. Du stehst in deiner Küche und du schaust jetzt irgendein Bild auf deinem Monitor um. Ja. Dann ist dieses Bild, das du jetzt auf deiner Farbe, das siehst, ich sage einfach mal, mir nennt das einfach mal eine Tasse in der Küche. Die steht auf dem Küchenschrank. Sobald du das jetzt dir ausdenkst, diese Tasse dir ausdenkst, ist dieses Bild eine Facette aus der Kollektion Küche. Alles klar. Das heißt, um das nochmal zu sagen, in einer komplexen Form ist jetzt eigentlich diese Kollektion, die wir Küche nennen, ist die Kiste, die primitivste Form ist Schrödingers Katze in der Physik. Ja. Was Schrödingers Katze heißt, die Katze, die da drin ist, der Endpunkt, sind zwei Endpunkte. Sie lebt oder sie lebt nicht. Und solange du nicht reinschaust, sind beide Zustände gleichzeitig da, aber wenn Plus und Minus gleichzeitig da ist, ist nichts da. Und wenn ich reinschaue, sehe ich immer bloß eine Wellenhälfte. Ich sehe die lebende oder die tote Katze. Jetzt mache ich das komplexer. Ich sage jetzt, in der Kiste ist keine Katze drin, sondern viele, viele Punkte. Das sind die Bilder, die du abrastest, wenn du dich jetzt um dich herum deine Küche denkst. Du setzt dich in die Mitte deiner Küche, ins Zentrum dieser Kollektion und du veränderst deine Blickwinkel. Wir sind bei dem Prinzip, dann siehst du die Küche, dann siehst du den Kühlschrank. Das heißt, sobald du in die Kiste reinschaust, bist du ja, die Kiste ist hüttig, du bist ja immer der Mittelpunkt, hüttig das ein. Und dann hast du irgendeine Perspektive. Und das Bild, das du jetzt siehst, das du anfokussierst, ist eine Facette aus dieser Kiste, die wir jetzt Küche nennen. Was aber das Problem ist, dass ich sage, du kommst dann irgendwann ins Chat, denken, weil das Wort Küche alleine beinhaltet zwar unendlich viele Bilder. Das geht dann so weit, dass zum Beispiel in dieser Kiste Küche noch andere Kisten drin sind. Das nennen wir jetzt einfach mal irgendein Schränkchen oder Schublade. Und sobald du den Schrank aufmachst, schaust du in der Kiste in eine Kiste rein, wo dann erst wieder Bilder existieren. Leichter zu verstehen ist, wenn wir das andersrum gehen, dass dir klar sein muss, dass die Kiste, die wir Küche nennen, eine komplexere Facette ist aus einer Kiste, die du meine Wohnung nennst. Ja. Wenn du in deine Wohnung zuerst einmal gedanklich das Abrast, das wirst du feststellen, da ist nämlich nicht nur die Kiste Küche, sondern auch die Kiste Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Klo, was auch immer. Das sind Kisten in der Kiste. Aber da das komplexere Kisten sind, kannst du keine Bilder davon machen. Damit ist aber nicht getan. Jetzt hängt es natürlich wieder davon ab, ich bleibe jetzt einmal ausgedachterweise bei den Kisten vom Holger und von der Andrea. Die wohnen nämlich in Mietshäusern mit mehreren Wohnungen. Wenn du jetzt an deine Wohnung denkst, deine Wohnung wiederum ist eine Kiste in der Kiste, die du sagst, das Haus, in dem ich wohne. Der Block. Aber die Kiste wiederum, dieses Haus ist wiederum bloß eine Facette aus einer noch größeren Kiste, die wir jetzt Stadt nennen. Oder Straße, wir können das zwischenstufen, weil da mehrere Häuser sind. Aber die Straße wiederum, diese Straße mit allem, was an Kisten, an Häusern drin ist, ist wiederum eine Facette, was du Stadt nennst. Das sind jetzt die komplexeren Strukturen. Das ist genauso, wenn ich jetzt in Religionen gehe oder in Politik gehe, das bleibt sich immer wieder gleich. Und das ist alles in dir drin.